Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Sie sind genau richtig bei einer neuen Ausgabe von Unser München. Eine Zahl, die erschüttert. Männer sterben laut Weltgesundheitsstatistik im Schnitt vier Jahre früher als Frauen. Der Grund, sie gehen seltener zu Vorsorgeuntersuchungen als Frauen und konsumieren mehr Alkohol und Tabak. Außerdem erkranken Männer häufiger an Krebs, häufig Prostatakrebs und sterben oft daran. Die München Klinik hat nun deshalb das Thema Männergesundheit besonders in den Fokus gerückt. Allen voran die Urologie im städtischen Klinikum Bogenhausen. Er sieht aus wie ein riesiges Spielzeug. Dabei ist er derzeit das ideale OP-Instrument für Urologen. Seit Mai ist nun auch die Urologie in der städtischen Klinik Bogenhausen mit dem sogenannten Da Vinci-Roboter ausgestattet. Modell XI. Damit können Krebs- oder Steinleiden bei Prostata, Nieren- oder Harnleiter nun noch schonender operiert werden als bei konventionellen minimalinvasiven Verfahren. Die Patienten sind sehr zufrieden, ich bin sehr zufrieden. Es zeigt sich auch an das Outcome bei den Patienten raus. Die OPs laufen einfach schneller, die sind einfach angenehmer für uns als Operateure zum Operieren. Die Patienten sind zufrieden, weil sie schneller auf den Beinen sind. Weniger Komplikationen, was Blutungen anbelangt, weniger Wundheilungsstörungen. Die Patienten sind einfach fitter und mobiler. Und offen und ehrlich gesagt, alle Patienten, die sich damit operieren lassen, sagen dann, okay, sie würden sich jederzeit wieder mithilfe des Da Vinci-Roboters operieren lassen. Einer der ersten, die hier in Bogenhausen mit dem Da Vinci-Roboter operiert wurden, ist Andreas Kuttner, Polizeivollzugsbeamter in Mainburg. Bei einer Routineuntersuchung kam für den 41-Jährigen der große Schock. Die Diagnose Prostatakrebs. Das Gefühl, glaube ich, kann man nicht beschreiben, weil es erstens mal so ist. Erstens mal in meinem Alter natürlich, mit 41 gar nicht unbedingt toll ist, wenn man zwei kleine Kinder daheim hat. Und dann ist das natürlich erst schon mal ein Niederschlag. Aber man rappelt sich oder man rappelt sich wieder auf und dann muss es weitergehen. Die Prostata konnte gewebeschonend entfernt werden. Nach nur fünf Tagen ging der Patient bereits wieder nach Hause. Jetzt, nach acht Wochen, geht allmählich wieder alles seinen gewohnten Gang. Man ist natürlich erleichtert, ganz klar. Wenn man natürlich dann da reinkommt und wenn man dann hört, dass die ganze Untersuchung abgeschlossen wurde und mir dann mitgeteilt wird, dass ich mich als geheilt betrachten kann, ist das natürlich ein neuer Lebensabschnitt und ein neuer Lebensbeginn, sage ich jetzt mal. Und man fängt natürlich wieder an, dass man wieder ein bisschen anders durchs Leben marschiert, wie man es vorher gemacht hat. Kompetente Hilfe gibt es in der Urologie in Bogenhausen, aber auch bei Blasenkrebs oder Potenzproblemen. Nun laden die Experten alle Interessierten ein zum Männergesundheitstag im Hörsaal von Bogenhausen am Freitag, den 25. Oktober von 15 bis 17 Uhr. Hier gibt es auch Infos zu Testosteron, Burnout und Depression. Keine Scheu, keine Tabus. Wir wollen das Thema Männergesundheit anpacken. Wir wollen die Männer auch vermehrt darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, zum Arzt zu gehen und dass es auch nicht schlimm ist, sich mal untersuchen zu lassen, auch wenn die ein oder andere Untersuchung für einen Mann etwas unangenehm erscheint, aber sie kann Leben retten. Bestes Beispiel ist Andreas Kuttner. Er ging bereits mit 41 zur Prostata-Vorsorgeuntersuchung, obwohl diese erst ab 45 empfohlen wird. Die Stadtwerke München sind die kommunalen Energieexperten. Sie liefern Strom, Erdgas, Fernwärme und Fernkälte über tausende Kilometer lange Leitungen sicher und zuverlässig in jedem Winkel der Stadt. Im Rahmen der Energiewende steht bei den SWM in allen Bereichen der Klimaschutz im Fokus. Beim Betrieb von Netzen und Anlagen schreiben sie Sicherheit groß und achten auf die Bedürfnisse von Fauna und Flora. Aus diesem Grund kümmern sich die SWM zum Beispiel auch um den Bienenschutz in München. Die Versorgungsanlagen und Netze sind die Lebensadern Münchens. Die Experten der SWM sorgen dafür, dass die Münchnerinnen und Münchner auf den Puls der Stadt bauen können. Servus, mein Name ist Jens Franz Kowiak. Ich bin hier der Betriebsstellenverantwortliche. Meine Aufgaben sind mit meinem Team, die Gas- und Wassernetze instand zu halten, zu warten und auch auszubauen. Wir arbeiten im kompletten Gasnetz und im kompletten Wassernetz und mit vielen Aufgaben, was der Unterhalt und der Betrieb betrifft. Heute steht die Prüfung einer Betriebsanlage im Münchner Westen an. Doch hier besucht man nicht nur Technik, sondern auch tausende von fleißigen Kolleginnen. Denn die SWM teilen sich diesen Standort mit Bienenvölkern. Also wir sind natürlich glücklich, dass wir so einen tollen Platz hier von den Stadtwerken haben, der so einfach einen tollen Lebensraum bietet für unsere Bienen. Und die Stadtwerke machen ja auch ganz viel für Bienen und Wildbienen, haben ein tolles Mähkonzept, überlegen sich, wie sie ihre Flächen anlegen. Und das, finde ich, ist ja vorbildlich für München. Tolle Sache. Nicht nur die Bienen freuen sich über ihr weitgehend ungestörtes Zuhause und den doch recht reichlich gedeckten Blütentisch von Frühling bis in den Herbst hinein. Auch die Münchnerinnen und Münchner, denn der Honig von hier ist schon was ganz Besonderes. Wir ernten Frühling und Sommer. Der Frühling ist fruchtig, kräftig, süß und schmeckt einfach so nach der Fülle des Frühlings. Und der Sommer hier bei uns ist geprägt von der Linde, die hier hauptsächlich blüht und dann auch den charakteristischen Linden-Geschmack gibt. Auf allen Grundstücken und an allen Anlagen versuchen die SWM, der Natur genügend Raum zu lassen. Mit Fledermaus- und Insektenhotels, mit Nistplätzen für seltene Vogelarten und mit möglichst naturbelassenen Wiesen und Wäldern. Servus, ich muss weiter und ich freue mich schon auf den neuen Jahrgang von dem M Energie Honig. Ich mich auch, hoffentlich gibt's ihn bald. Bis dann. Servus. Auf den Geschmack gekommen, den guten Bio-Honig aus dem Münchner Westen gibt's bei Basic. Die gute Versorgung durch die SWM gibt's für Münchnerinnen und Münchner in der ganzen Stadt. Interessante Einblicke und ein abwechslungsreiches Programm. Das gibt es beim Aktionstag M-Wasser der Stadtwerke München am Samstag, den 12. Oktober. Hier erfahren Sie alles über die Münchner Trinkwasserversorgung. Und Sie erleben, wie die SWM das kostbare Nass gewinnen. Direkt vor Ort im Quellgebiet. Die Stadtwerke München versorgen gut 1,5 Millionen Menschen in der Landeshauptstadt mit quellfrischem Trinkwasser. Das kommt zu 75 Prozent aus dem Mangfalltal. Bei einem Herbstausflug ins Voralpenland kann man jetzt selbst entdecken, woher das Trinkwasser für München kommt und was für seinen Schutz alles getan wird. Am Samstag, den 12. Oktober, können Besucherinnen und Besucher rund um den Maxl-Mühler-Verteilerbau im Mühltal Anlagen besichtigen. Sie erfahren alles rund ums Trinkwasser und den ökologischen Landbau. Und die kleinen Gäste können sich beim bunten Kinderprogramm austoben. Dazu gibt's natürlich gutes Essen und Trinken frisch aus der Region. Hin geht's am besten mit der Bock bis Darching oder Peradl auf dem M-Wasserweg. Alle Informationen zum Aktionstag M-Wasser gibt es auf den Internetseiten der SWM. Seit der letzten Notenbank-Sitzung ist eines klar, die Zinsen werden wohl noch sehr lange niedrig bleiben. Allerdings, trotz Nullzins und Kaufkraftverlust macht Sparen nach wie vor Sinn. Denn ohne Rücklagen für schlechte Zeiten oder für das Alter lässt sich in der Tat nicht gut schlafen. Die zentrale Frage ist und bleibt auch weiterhin, wie spare ich im aktuellen Zinsumfeld richtig oder wie kann ich mein Erspartes noch gewinnbringend anlegen? Wichtige Tipps hat Stefan Miller, Wertpapierexperte bei der Stadtsparkasse München. Ja, in den letzten Wochen haben sich ja die Zentralbanken dazu entschieden, die Zinsen noch weiter zu senken. Es gibt jetzt auf dem Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld, gar kein Zins mehr. Da stellt sich natürlich die Frage, wo kann ich das Geld noch gut anlegen? Und viele Kunden entdecken jetzt Wertpapiere, Aktien, Fonds für sich. Was ein sehr, sehr zielführendes Ansparen auch ist, ist Fonds sparen, das monatliche Ansparen, dass ich nicht mit allen sofort reingehe, sondern monatlich peu a peu mein Vermögen anspare. Und wir unterstützen das als Stadtsparkasse München mit einer Prämienaktion, dass wir hier den Kunden noch mehr dazu bringen, da tragrechtes Geld anzulegen. Die Deka-Prämienaktion für den Vermögensaufbau geht bei der Stadtsparkasse München noch bis 8. November. Diese macht das Anlegen in Fonds jetzt noch attraktiver. Die Kunden können insgesamt drei Prämien erhalten. Die Treueprämie für Fonds-Sparpläne, die Startprämie für Einmalanlagen und das kostenlose Deka-Bankdepot in diesem Jahr bei Neueröffnung. Es gibt für Fonds-Sparpläne bis zu 50 Euro. Wenn Sie zwölf Monate lang ansparen, dann 13 Monate schenken wir Ihnen dazu. Und wenn Sie Einmalanlagen bevorzugen und sagen, ich möchte 5.000, 10.000 Euro auf einmal anlegen, gibt es auch von uns 50 Euro. Und wenn Sie mehr als 50.000 Euro anlegen, gibt es 100 Euro von uns dazu geschenkt. Und darüber hinaus, und das finde ich ein ganz tolles Geschenk noch, wenn Sie Ihr erstes Deka-Bankdepot eröffnen, schenken wir Ihnen das erste Jahr die Deporführung kostenlos dazu. Beim Einstieg in den Wertpapierbereich empfehlen die Experten der Stadtsparkasse München, diesen mit einem Fonds-Sparplan zu unterstützen, um von den Schwankungen an den Märkten zu profitieren. Bei Einmalanlagen ist es so, da empfehlen wir Ihnen, mit dem Berater zu sprechen. Wir haben ein großes Portfolio an Fonds, was wir empfehlen können. Wir haben qualifizierte Berater, sehr gute Berater, die Ihnen da empfehlen können, welche Sparanlagen und welche Wertpapieranlagen, welche Fondsanlagen Sie für sich entscheiden können. Und hier schenken wir Ihnen auch mal 50 bis 100 Euro, je nach Höhe, was Sie anlegen. Was ganz wichtig ist, gerade wenn man jetzt sagt, ich möchte zum ersten Mal auch ins Wertpapiergeschäft einsteigen, ganz wichtig ist die Streuung, nicht alles in einen Topf reinwerfen, sondern breit streuen über die verschiedenen Anlageklassen hinaus, sodass Sie jährlich immer einen guten Ertrag dabei haben. Die Deka-Prämienaktion bis 8. November ist eine bislang einmalige Kampagne, von der unterm Strich jeder profitieren kann. Und wir, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, machen jetzt weiter mit unseren Veranstaltungen. Das Wichtigste aus den städtischen Kultursport- und Freizeitstätten im Überblick. Die Männer liegen ihr zu Füßen. Doch sie spielt die Galane rücksichtslos gegeneinander aus. Hedda Gabler lebt über ihre Verhältnisse, ist arrogant und unsympathisch und liebt die Macht über das Schicksal anderer Menschen. Im Münchner Volkstheater wurde der Klassiker von Henrik Ibsen nun von Regisseurin Lucia Bieler inszeniert. Ein gewaltiger Bilderrausch, vom Original um 100 Jahre zurück ins Rokoko versetzt. Naja, es geht um eine, ich würde sagen, eine Frau, die sich in einer Gesellschaft befindet, in der sie sich sehr entfremdet fühlt und die sichtbaren und unsichtbaren Zwängen ausgeliefert ist und sich versucht dagegen zu wehren. Ah ja, ich glaube, ich war doch einen Moment draußen. Ich habe die Pistole erkannt, die er bei sich hatte, als man ihn gefunden hat. Haben Sie sie? Nein, die hat die Tulizan. Hedda Gabler von Henrik Ibsen. Ab sofort auf dem Spielplan im Münchner Volkstheater. Außerdem wird es neben dem regulären Theaterprogramm im Volkstheater in dieser Saison auch wieder viele Gastspiele geben. Über 50 sind bislang geplant. Lesungen, Konzerte, Kabarett und Diskussionen. Am 11. Oktober liest und erzählt zum Beispiel der Journalist und Schriftsteller Axel Hacke. Am 9. November findet ab 10 Uhr der Bayern 2 Netzkongress 2019 statt. Für uns sind diese Konzerte, Lesungen total wichtig, weil wir einfach nochmal auch ein anderes Publikum ins Haus holen, ans Volkstheater holen, die hier dann vielleicht auch das erste Mal mit einem Theater in Berührung kommen und einfach eine tolle Ergänzung zu unserem Spielplan sind. Also ein Viertel unserer Besucher kommen über diese Schiene eigentlich ans Haus. Außerdem gibt es unter anderem das Best of Poetry Slam 4 und Konzerte mit Meret Becker und den Banana Fishbones. Goethe verbindet. Am 26. Oktober feiern die Münchner Symphoniker und das Pärer Ensemble den 200. Geburtstag von Goethes umfangreichster Gedichtssammlung westöstlicher Divan. Mit einer Uraufführung des Werks Divan in der Philharmonie im Gasteig. Goethes Gedichte als musikalisches Plädoyer für gegenseitigen Respekt von Islam und Christentum. Ja, das habe ich mir zu Herzen genommen, so wie er es haben wollte und dementsprechend auch die Musik versucht zu komponieren. Es soll eine Brücke zwischen Orient und Oksident sein, so wie die Texte von Goethe. Das ist ein symphonisches Orchester und orientalische Instrumente wie die Kanon. Das ist eine Zitta, eine Ud, eine Laute. Nein, die Flöte und verschiedene Perkussionsinstrumente, also auch in der Besetzung Orient und Oksident. Goethe verbindet. Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr in der Philharmonie im Gasteig. Das war es schon wieder mit unserem München. Nächsten Mittwoch kommen Sie jedoch schon wieder. Die neuen Themen direkt aus der Landeshauptstadt. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen auch weiterhin viel Spaß mit unserem Programm auf München TV. Machen Sie es gut auf Wiederschauen. Machen Sie es gut auf Wiederschauen.